Hallihallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton. Wir sind immer noch beim Rätsel mit den Brüdern und wir haben festgestellt, dass der Jüngere mit dem Nächst Älteren oder dem Nächst Jüngeren verkracht sind und dass 3 und 5 nicht nebeneinander sitzen können. Setzen wir die 5, 4 hin und die 3 hier hin. Die 2 da hin. Die 6 da hin und die 4 können wir hier runter setzen. Dann müssten sich eigentlich alle Vertragen, nehme ich mal an. Ich denke, ich habe es geschafft. Juhu. Ich habe es geschafft. Ich versichere Ihnen, ich hatte nichts damit zu tun. Bitte suchen Sie den... Bitte suchen und stellen Sie den wahren Täter. Natürlich, ich verstehe Sie gut. Immerhin stehe ich ebenso unter Verdacht... Immerhin stehe ich ebenso unter Verdacht. Wir ermitteln weiter. Du wirst ein seltsames Bauteil erhalten. Wissige Brüder, steht nun im Rätsel in Lipps. Vielleicht kann uns der Butler noch was sagen? Matthew, sind Ihnen zur Tatzeit irgendwelche Suspekten und Gestalten in der Nähe der Villa aufgefallen? Ich bin untröstlich. Leider habe ich niemanden gesehen. Ich wusste nicht einmal, dass Herr Simon widerfahren war, bis der Herr Inspektor bei uns eintrag. Und wo ist Simons Leichnam jetzt? Ich habe es nicht gesehen, aber man sagte, der Inspektor hätte Herrn Simon nach draußen getragen. Ich verstehe. Nun, es sieht aus, als hätten wir momentan keine heiße Spur, was den Fall angeht. Ein Moment bitte. Sehen Sie, dies habe ich im Zimmer gefunden, in dem Herr Simon entdeckt wurde. Ein Zahnrad. Was ist das? Das weiß ich unglücklicherweise nicht. Ich hoffe, es könnte ein Hinweis sein. Darum höre ich es auch. Faszinierend. Dieses Zahnrädchen ist so klein, dass es selbst einer akribischen Suche entgehen würde. Und was ist das? Hier ist eine Gravur. Zahnrädchen. Ein kleines Zahnrad. Bei diesem Thema fällt mir ein passendes Rätsel ein. Darf ich es vortragen? Was? Machen Sie Witze? Ausgerechnet jetzt wollen Sie, dass wir ein Rätsel für Sie lösen. Rätsel 28, finde den Punkt 30 Pikaratwert. Okay, bevor ich das Rätsel löse. Das Zahnrad ist so klein, dass es bei einer größten Untersuchung nicht gefunden werden könnte. Warum hat der Butler es dann gefunden? Hm. Du hast eine Scheibe mit 8 Zacken in der Hand, auf der ein roter Punkt ist. Wenn du die Scheibe so hältst, dass der Punkt die Position wie in Abbildung A hat und sie dann umdrehst, zeigt die Scheibe einen schwarzen Punkt. Wo genau siehst du gleich neben Abbildung A? Nehmen wir an, dass du die Scheibe hältst wie in Abbildung B. Wo muss jetzt der schwarze Punkt liegen, wenn du die Scheibe umdrehst? Kreise die Stelle ein, an der du den schwarzen Punkt vermutzt. Okay, der rote Punkt ist hier und der schwarze ist da. Der rote Punkt ist hier und der schwarze ist da. Also der rote Punkt ist hier und der schwarze ist da. Also wäre er wahrscheinlich hier. Ich brauche solche Rätsel, wo man in 3 Dimensionen denken muss. Das ist richtig gut. Mehr davon. Ich bin untröstlich, aber leider weiß ich nichts weiteres, was ich Ihnen, Ihren Ermittlungen zuträglich wäre. Machen Sie sich keine Gedanken, mit diesem Zahnrad haben Sie uns schon enorm weitergeholfen. Ich frage mich allerdings, wieso Sie es gerade uns anvertrauen. Sie sind ein guter Mensch, Herr Professor. Ich bin zuversichtlich, dass Sie diesen Fall lösen können. Haben Sie Dank für Ihr Vertrauen, Messie. Du hast ein seltsames Bauteil erhalten. Hinter dem Punkt steht nun Rätselindex. Ich würde jetzt eines interessieren, warum hat das den Inspektor nicht gegeben? Sind das alle sonst noch niemand am Tatort zugegeben? Ramon fehlt noch. Wenn ich mir die Bemerkung gestatten war. Ramon? Wo steckt der? Und was in aller Welt treibt der Amor wieder? Messie. Holen Sie sofort Ramon. Nun tröstlich, Frau Baronin. Ich habe Ramon bereits seit einigen Stunden nicht mehr gesehen. Was sagen Sie da? Der Kerl wird doch nicht verschwunden sein. Nein, Augenblick. Er ist ebenfalls ein Verdächtiger. Womöglich ist er auf der Flucht. Wo könnte er denn abgeblieben sein? Ob ihm was zugestoßen ist? Ramon war doch der Typ, der am See gestanden hat. Wieso spricht der Inder? Das wollte ich jetzt mal nicht. Der Arme sieht man, ich bin ganz außen mir. Ich bitte Sie, ziehen Sie den Verbrecher zur Verantwortung. Okay. Warte kurz, Luke. Was ist denn, Professor? Ich würde gerne eine Kleinigkeit mit Baronin Dahlia besprechen. Es sollte nicht lange dauern. Ja, aber die ist doch gar nicht hier im Zimmer. Okay, dann sprechen wir den Butler an. Hey, wo ist denn Baronin Dahlia hin? Wenn ich mich nicht täusche, ruht sich Frau Baronin geringwärtig in ihrem Nebenzimmer aus. Sie ist eine starke Person, aber nach einem solch schrecklichen Vorfall benötigt sie etwas Du. Nun gut, würden Sie ihr bitte mitteilen, dass ich gerne etwas mit ihr besprechen würde? Selbstverständlich. Wenn Sie sich bitte einen Moment gedulden möchten, Herr Professor? Baronin Dahlia mag kühl sein, wie ein Eiszapfen, aber die Vorfälle von heute lassen sogar Sie nicht kalt. Luke, wenn du ein wahrer Gentleman werden willst, musst du anfangen etwas mehr mitgefühlt zu zeigen. Und natürlich, Professor, tut mir leid, das war unangebracht. Frau Baronin empfängt Sie nun. Gehen Sie einfach durch die Tür auf der linken Seite. Und wenn Sie da reingehen. Eine Hinweismünze. Von hier aus sieht man den ganzen Dach. Eine hübsche Base. Und wir sprechen mal die Baronin an. Frau Baronin, ich vermute, dass dieser Mutfall etwas mit den goldenen Apfeln zu tun hat. Wie bitte? Noch bin ich nicht absolut sicher, aber es scheint mir sehr glaubhaft, dass beides zusammenhängt. Und Sie denken, Ramon könnte etwas damit zu tun haben? Eventuell schon. Noch fehlen uns jedoch die nötigen Informationen, um einheitliche Schlüsse zu ziehen. Ich verstehe. Wenn das so ist, habe ich eine Aufgabe für Sie, Professor. Finden Sie Ramon und bringen Sie ihn her. Es widerstrebt mir sehr, in dieser Angelegenheit als Verdächtige angesehen zu werden. Ich möchte sofort meinen Namen wieder reinwaschen. Wie Sie wünschen, Frau Baronin. Wir hören uns zugleich im Dorf um. Danke für Ihre Hilfe, Professor. Nun, ich erwarte... Ich warte dann im Salon. Gute Nachrichten von Ihrer Seite. Kapitel Nummer 3. Der verschollene Bedienstete. Ich suche in seinem Mysterium nach Hinweisen und kläre Ramons Verschwinden auf. Nein. Hier haben wir noch ein Bild. Und mit... Sieht ihr einmal dieses Bild an. Und mit diesen Eindrücken lasse ich euch erstmal kurz warten. Bis zur nächsten Folge. See you later, Leute. Bis zum nächsten Mal.